Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich war trotzdem hohe Männer, zwei Hamburger heute. Hamburger? Ja. Wow. Wir haben so lieber halbes Hähnchen und mehr davon. Das ist billiger. Wieso ist billiger? Ja, halbes Hähnchen, 4,95 Euro. In Hamburg, was kostet ein Hamburger? 2,50 Euro, 5,50 Euro. Das stimmt nicht. Das waren 30 Euro. 4,60 Euro. Halbes Hähnchen, wer davon? Ja, macht doch nichts. Hamburger. Hähnchenfleisch, von England. Ja, ja. Was soll das hier heißen? Na ja. Kennen wir noch, dass du schon bekloppt bist? Wer ist denn ein Bekloppt von uns? Wenn man laufend Hamburger frisst, logisch. Ja. Das ist Fremdfleisch von England, ja. Ja, ja. Oh. Oh, jetzt ess lieber Gurken. Gurken und Brot. Oh, du hast mehr davon. Du weißt genau, Gurken kannst dich kaputt machen. Brot kannst du auch nicht kaputt machen. Nein, ich kann aber keine Gurken kaufen. Da tust du sie lutschen. Ja, im Lutschen. Aber ich glaub, ich bin jetzt langsam mit dabei. Ja, ja, ja. Du, das ist der Gurken, Lutschen. Ganz einfach. Wenn du das kaufen kannst, musst du halt Lutschen. Nee. Ja. Hier, Kitz. 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 Ja. Bäuschleim Dünn, hm. Bäuschleim Dünn, hm. Bäuschleim Dünn, hm. Du kriegst leider fest. Geil. Bäuschleim Dünn. Bäuschleim Dünn, yes,치를 br University Street along. An der Tü在 des Ringg I. Bäuscherim Dünn. Azulch. Bäuscherim Dünn, Tü. Bäuschleim Dünn, Moyeslique Hannahs Arena, E klarer, Tü. K Dreamerント, requires beob Lego Elim 42, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020